ein herzliches willkommen zum taroskop mit ella wir sind in der woche 27 juli bis 2 august 2020 damit hätten wir auch den siebten monat überstanden sag ich mal wir wollen mal schauen welche karten ich jetzt verwende das sind finde deinen wahren weg von collett bernried für die allgemeinen energien in der woche wir haben das after tarot für die karten der wochentage das ist von mensch julia f massalia dann haben wir das ganz normale reiter weht zur klärung dann haben wir die orake karten weisheitskarten der seele und wir haben das kraft tier für diese woche auch von collett bernried das orakel der krafttiere nur mal damit ihr seht welche karten ich verwende die könnt ihr auch wenn ihr wollt über amazon bestellen ich habe auch einige davon auf meiner webseite www.ella-tausko.de und wir schauen jetzt erst mal was astrologisch in dieser woche für alle drin ist meine lieben dann wollen wir mal schauen was wir so astrologisch haben wir haben am 27 mit jupiter und neptun eine positive entwicklung jupiter ist ja der glücks planet und neptun ist ja manchmal der so ein bisschen die sinne vernebelt das wird auch andauern wie gesagt bis erste woche august und da ist man halt so ein bisschen auf positive entwicklungen aus was ja auch sehr gut passiert also wenn man sich darum bemüht ganz klar wir haben ein krit eine kritische venus mit neptun also sie steht kritisch zu neptun vom 26 bis 28 juli und wir haben auch noch merkel und mars kritisch das wiederum verursacht ja ich sag mal unzufriedenheit ja und das kann natürlich zu konflikten führen also passt da bitte ein wenig auf wir haben einen am 30 einen winkel merkur zu neptun da kann man so ein bisschen seine ideen seine kreativität ausüben nutzen sich vielleicht auch irgendeinem hobby einem kreativen hobby hingeben und dann haben wir merkur jupiter entspannung da ist es wichtig dass man weder den versprechungen anderer glaubt noch selbst zu viele versprechungen macht da sollte man aufpassen denn man hat hoch fliegende pläne haben wir gehört man kann kreativ sein aber man sollte eben die realisierung davon auch prüfen also nicht zu voreilig irgendwas entscheiden oder wie gesagt versprechen da gibt es sicherlich noch das ein oder andere zu klären wie gesagt ob das der realität standhält das ist äußerst wichtig so dann haben wir im august immer noch ein paar aggressive einflüsse bis zum siebten haben wir wie gesagt jupiter und neptun versöhnlich man will aber am ersten august seine meinung anderen aufzwingen und da kann es passieren dass der ein oder andere versucht jemandem sozusagen die pistole auf die brust zu setzen vorsichtig auch damit entweder wenn es auf dich zukommt versucht das nicht so eng zu sehen aber selbst solltest du es nicht versuchen wir haben sonne uranus winkel 2 august und das kann eben plötzliche veränderungen bedeuten darauf muss man sich einstellen oder damit kann man rechnen ja damit sind wir bei den ersten tagen im august wie es dann weitergeht hören wir dann in der nächsten woche aber wir wollen jetzt für die einzelnen sternzeichen schauen was da astrologisch ende juli anfang august möglich ist bis gleich ein herzliches willkommen mein lieber löwe zur tauskoplegung mit ella für die woche 27 juli bis 2 august so wir wollen erst mal schauen was so astrologisch möglich ist wir haben ja viele einflüsse die auch eben eine rolle spielen in sonnenzeichen du hast ja jetzt die sonne in deinem sternzeichen stehen das beflügelt dich natürlich sorgt für gesundheit optimismus positive energie das solltest du natürlich auch entsprechend wahrnehmen und für dich nutzen wir haben auch den mars im widder und das bedeutet sehr viel power sehr viel kraft von einem verwandten feuerzeichen bis zum jahresende nun kann mars im widder dafür sorgen dass du ein bisschen unruhig wirst mit den füßen schaust und dinge vorantreiben möchtest du hast die energie du hast die kraft aber es wäre unvernünftig zu viel auf einmal vorantreiben zu wollen deswegen ist es wichtig dabei zu bedenken wo die energie auch wirklich angebracht ist und wo nicht wir haben jupiter in diesem jahr weitestgehend ohne einfluss und du musst dich mit saturn natürlich anstrengen dass die dinge gut laufen und deswegen ist es wichtig dass du deine kräfte in die richtigen kanäle bringst mit uranus der für veränderungen sorgt gerade bis zum 31 juli und da kann es auch mitte august bis zum jahresende mit der rückläufigkeit ja zu nervosität führen dass du das gefühl hast hier laufen die dinge aus dem ruder das wichtigste für dich als löwe ist ruhig zu bleiben nicht aus zu flippen nicht alles auf einmal tun und handeln zu wollen das ist ganz wichtig du solltest für die auszeiten sorgen darüber haben wir öfter gesprochen wenn du die legung schon öfter verfolgt hast es ist wichtig dass du immer wieder auch ruhephasen einlegst weil du das sonst gar nicht alles bewältigen kannst wir haben wie gesagt maß auf deiner seite aber er kann auch aggressiv machen und dafür sorgen dass man leicht über die stränge schlägt und sich selbst überfordert und damit auch die gesundheit gefährden wir haben venus die ja sehr viel positive energie auch verteilt die solltest du nutzen wir sind momentan in der krebs venus und wir haben auch merkur der bisweilen ein bisschen unbeständig ist so dass klare fakten nicht immer sofort und direkt geschaffen werden können da sollte man aufpassen du weißt im juli oder schon den ganzen monat halt nicht so recht mit dir wohin und da können dir flaue gefühle komische gedanken kommen die solltest du schon wahrnehmen aber du solltest sich nicht davon aus dem konzept bringen lassen du bist auch vielleicht ein bisschen empfindlich das macht eben auch die sonne im krebs die wir jetzt hatten die ein bisschen launenhaft gemacht hat und überempfindlich und das wird sich aber jetzt ändern aber trotzdem solltest du versuchen ruhig zu bleiben egal wie viel auf dich zukommt gebiete dem irgendwo als herrscher als löwe ein halt zu viel tut nicht gut weil du den dingen gar nicht gerecht werden kannst wenn du wirklich überall etwas tust es zeichnet sich natürlich für dich wenn die sonne in deinem sternzeichen steht ein hoch ab und das solltest du mit lebensfreude und viel liebe und auch fürsorge für dich selbst nutzen dass es im juli und anfang august so ziemlich das wichtigste ja wir schauen dann in der nächsten woche weiter auch wie es astrologisch aussieht ich wünsche dir eine schöne woche wir schauen jetzt noch was die karten für dich haben worauf du ganz besonders in dieser woche achten dann wollen wir mal schauen was jetzt die karten für dich haben du denkst bitte daran dass es sich dabei um eine allgemeine legung hat handelt die nicht für jeden immer 100 prozent passte die aber natürlich aspekte hat die dir in deiner persönlichen situation hilfreich sein können es gibt zwei leute denen das auch schon 100 prozent gepasst hat das ist möglich aber in erster linie geht es darum wichtige dinge in kleinen entscheidungen oder an bestimmten tagen so ein bisschen den hinweis zu bekommen wie kann ich denn am besten agieren als erstes widmen wir uns dem was von außen kommt also was dir deine mitmenschen so zeigen in dieser woche was sie dir entgegen bringen was du erwarten kannst von den mitmenschen die du kennst aber auch von denen die du vielleicht noch kennenlernst oder dir gänzlich unbekannt sind so welche energien kommen von außen welche welche energie hat der löwe in dieser woche zu tun der sex des feuers dem erfolg und das ist der erfolg von außen das kann auch der erfolg der anderen sein das bedeutet nicht dass du nicht daran partizipieren kannst aber es kann natürlich auch dazu führen dass du denkst mensch das möchte ich auch ja ganz klar es ist deine energie feuer energie aber es könnte zum beispiel auch ein anderes feuerzeichen sein oder ja jemand der eben mit elan und feuer energie an seinen zielen arbeitet vielleicht ist es ja auch jemand mit dem du dich zusammen tun möchtest geschäftlich wir schauen mal wir haben die energie die dich umgibt wie du dich fühlst dann was du dir wünschst was du erhoffst oder befürchtest was gut für dich ist was weniger gut ist und natürlich wie die woche für dich ausgeht so das schauen wir jetzt noch mal nach ob das auch gut zu sehen ist ja so dann wollen wir natürlich auch wissen was an den wochentagen so los ist das kann bei dir anders liegen einfach weil wir bei der allgemeinlegung sind und wie gesagt du wirst es wissen wenn dir die situation begegnet und da wollen wir natürlich auch herausfinden was bringst du mit in diese woche was ist deine energie nach außen wie gesagt für die leute die du kennst aber auch für leute die du noch oder noch gar nicht kennst wir haben die fünf der kirche das sind vielleicht diese komischen gefühle von denen wir eben sprachen in der astrologie dass du dinge aus der vergangenheit bedauert dass du vielleicht ein bisschen harterst mit dingen dass du den erfolg von anderen siehst und denkst wo bleibe ich denn aber das sollte dich nicht abhalten davon zu sehen was du jetzt schon hast die fünf der kirche da hast du die drei umgefallenen kirche aber hier hat sich der mensch schon umgedreht und sieht die zwei kälte die da sind und mit denen er arbeiten kann und das ist auch genau deine aufgabe und das solltest du auch nach außen so demonstrieren du arbeitest mit dem was dir zur verfügung steht und dabei solltest du dich selbstverständlich nicht überfordern so schauen uns die tage an montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag und der sonntag diese wochentage können in der reihenfolge bei dir anders liegen auch das ist okay wichtig ist nur dass du da für dich wichtige informationen rausziehen kannst in deiner persönlichen situation die vorwoche werde ich wie das letzte mal auch hinten anhängen du kannst sie dir noch mal anschauen wie die entwicklung von der vorwoche zu dieser woche war und da siehst du sicherlich auch schon einen gewissen fortschritt wir beginnen hier mit der energie wie du dich siehst da haben wir den eremiten das heißt du bist mit deinem inneren beschäftigt und das ist keine verlorene zeit das ist etwas was für dich ganz persönlich relevantes du spürst in dich hinein du spürst dich körperlich du spürst dich seelisch ja und mental du merkst es fühlt sich irgendwas nicht gut an vielleicht bist du in der falschen umgebung mit den falschen leuten zusammen oder du musst deine entscheidungen deinen weg noch mal überdenken das ist okay ja das ist jungfrauenergie also erdenergie und bedeutet du arbeitest an deinem inneren licht an deiner inneren sonne könnte man so sagen und die braucht natürlich auch ihre pflege dein wunsch da haben wir den gehängten du möchtest das ganze spektrum überblicken was du tun musst damit du dieses oder jenes erreicht aber das erfordert eben auch eine gewisse ruhe dass man objektiv sein kann also nicht voreingenommen und nicht nur bestimmte ziele verfolgt sondern das ganze spektrum eben aus einer höheren warte betrachtet unbeteiligt und frei was nicht ganz einfach ist hoffnung und ängste haben wir die acht der kälte das ist die hoffnung neue wege zu gehen auch gefühlsmäßig denke ich sich irgendwo zu befreien das kommt ja das kommt jetzt im august wir sind ja gerade dann im beginn august du wirst das spüren du wirst diese befreiung diesen optimismus bekommen und dann entsprechend auch leben können gut für dich gut für dich ist der turm das heißt du wirklich auch überdenken was lasse ich hinter mir was möchte ich nicht mehr mitnehmen in die zukunft das kann ich sag mal jetzt ganz materielle werte sein eine wohnung ein auto krempel den du angesammelt hast wie auch immer befreie dich davon denn auch das ist ballast den du loslassen sollst und du sollst dich auch von verpflichtungen vielleicht ein bisschen lösen verpflichtungen die du vielleicht vorschnell eingegangen bist oder versprechungen die du gemacht hast irgendwas in der richtung wir gucken uns das aber gleich natürlich noch genauer an nicht gut für dich in dieser woche ist geduld das heißt es geht nicht darum geduldig zu sein sondern ich denke analytisch und objektiv wenn ich das hier so sehe du musst jetzt nicht warten du sollst schon aktiv sein aber du solltest auch aktiv an deinem inneren etwas bearbeiten wie ist der ausgang da haben wir die transformation es verändert sich etwas leben ist veränderung und veränderung ist das was das leben voranbringt was dich als person wachsen lässt und wo du auch deine dinge deine projekte deine partnerschaften deine ja deine einstellungen auch veränderst mit im laufe der zeit und im laufe deiner erfahrungen am montag haben wir die sechs der schwerter du bist gelassen das ist gut du arbeitest an deinem innenleben was sich nicht mehr gut anfühlt du trennst dich vielleicht auch von einstellungen und du gehst das entspannt an das ist sehr gut dienstag haben wir die zwei der stäbe und das ist vor einer weggabelung stehen wie geht es weiter und dazu braucht man den überblick damit man die richtige wahl für sich treffen kann aber wie hier musst du das nicht alleine tun du solltest dir rat holen informationen oder mit geschäftspartnern wie auch immer sprechen wir haben ja von außen den erfolg und diesen erfolg kann das ja auch zu dir bringen am mittwoch haben wir die sieben der stäbe du stehst für das ein was dir wichtig ist dabei solltest du aber immer kompromissbereit sein zumindest was jetzt die argumente deines gegenübers betrifft das heißt nicht dass du das hundertprozentig übernehmen sollst und dass du klein beigeben sollst sondern dass du dir anhören solltest was dein gegenüber zu sagen hat deswegen kannst du trotzdem bei deiner einstellung bleiben aber der gewisse respekt und vielleicht auch das was du daraus für dich mitnehmen kannst aus diesen erläuterungen das ist wichtig am donnerstag haben wir den herrscher das ist deine energie auch ja der herrscher hat die dinge im griff er weiß wohin will und er weiß was er loslassen muss und das ist etwas was dich in dieser woche beschäftigt mit dem herrscher kommt auch immer der hinweis auf den tyrannen man sollte nicht über andere hinweg gehen deswegen sagte ich auch hier dass du wenigstens den argumenten zuhören solltest und vielleicht ist an der ein oder anderen argumentation auch was dran was du bedenken kannst und niemand hält sich du brauchst keine geduld zu haben du brauchst nur das verständnis und die objektivität dann bist du an dem punkt wo du die dinge im zusammenhang besser erkennen kannst freitag haben wir den page der münzen kleine schritte in die richtung in die du tendierst das heißt du musst noch keine konkrete entscheidung treffen ja aber wir haben eine tendenz wo es hingehen soll am samstag haben wir die sieben der kirche da tun sich ganz viele neue möglichkeiten auf von denen du auch nicht weißt ob sie die richtigen sind deswegen naja vielleicht ist da etwas drunter aber schau es dir in ruhe an am sonntag haben wir den page der schwerter information sammeln gespräche führen ja über den tellerrand gucken auch im sinne von ich schaue mir die welt mit den augen eines kindes an ich bin unvoreingenommen und ich versuche zu erkennen wo mein weg mich hin führt wenn ich momentan nicht weiß wohin kann ich die impulse von außen aufnehmen auswerten und dann entscheiden ich muss das nicht sofort tun schauen wir uns den eremiten doch mal etwas genauer an deine energie in dieser woche ausgewogenheit also fairness und die zwei der stäbe es geht um fairness und vielleicht auch darum dass du das berücksichtigen möchtest was andere in deinem nahen umfeld erwarten erhoffen sich wünschen ja das ist schön dein wunsch ist den überblick zu haben klärung könig der schwerter da ist die geduld die momentan aber auf der position steht nicht gut für dich und das kann bedeuten dass es wichtig ist schnell zu reagieren das heißt aber nicht voreilig das heißt nicht dass du überstürzt handeln musst du musst analysieren und analyse ist wenig gefühlvoll es ist ich sag mal die harten nackten fakten klären und das kannst du da kannst du dir ein bisschen zeit für lassen und dann kannst du entscheiden wie sehen die neuen wege aus da haben wir den narren und da haben wir die sonne das sieht sehr gut aus deine entscheidungen sind dann von dem gesamtbild geprägt was du dir vorher gemacht hast was du dir auch wünscht und was ja auch sehr gut ist ich sehe hier mit dem könig der schwerter auch vielleicht zum beispiel ein fachmann wenn du jetzt zum beispiel sagst ich möchte mein geschäft erweitern oder ich möchte meine skills verbessern dann brauche ich die information wie mache ich das am besten und diese informationen kannst du von jemandem erhalten der darin schon geschult ist oder der das beruflich macht sei es ein rechtsberater sei es ein sachverständiger sei es ein berufsberater was auch immer der turm ist gut für dich weil zwei der münzen und vier der schwerter das auspendeln der ruhephasen und der aktionsphasen sollte in einem harmonischen übergang passieren also alles was jetzt nicht notwendig ist für deine ziele für das was du vor hast sei es privat oder beruflich das solltest du sozusagen ausmisten davon solltest du dich trennen in aller ruhe überlegen was ist es wert weiter fortgeführt zu werden seien es jetzt irgendwelche verträge seien es freundschaften auch meinetwegen berufliche dinge oder wo will ich hin und was steht mir dabei im wege und du reißt ja sozusagen den turm ab um einen neuen aufzubauen geduld ist nicht gut konflikt und schnelle entscheidung es kann bedeuten dass wenn du mit anderen vielleicht zu viel geduld hast dass du ja dann im konflikt bist mit diesen und dass das sehr schnell in konflikt führen könnte das heißt für mich dass du mehr oder weniger schon deine entscheidung für dich alleine treffen solltest du solltest natürlich nicht damit die anderen überfahren du solltest den anderen das schon irgendwo mitteilen aber es gilt nicht nur sich nach anderen zu richten so sehe ich dass die transformation findet statt klarheit und wahrheit ein schlussstrich ziehen unter dinge die dir nichts mehr nützen und auch vielleicht auch verbindungen wo du dich verausgabt hast die aber nicht den gewünschten erfolg gebracht haben und da haben wir sie wieder die sieben der münzen geduld du schaust dir an was du bisher erreicht hast mit welchem kraftaufwand vielleicht geht es auch leichter vielleicht gibt es da eine situation eine art und weise die dinge anzugehen die weniger zeit in anspruch nimmt die vielleicht schneller geht aber das muss natürlich im detail auch durchdacht sein das kann man nicht so holterdipolter einfach machen man muss das durchdenken man muss das planen sechs der schwerter acht der schwerter und sieben erschwert das schöne kombination sechs sieben und acht der schwerter also hier gab es sicherlich dinge die du nicht sehen wolltest auch gedanken die du nicht sehen wolltest das sind vielleicht hier diese schwammigen gefühle die du jetzt im juli hast da solltest du farbe bekennen du solltest das in ruhe angehen wir haben ja den gehängten darüber du solltest dir klar über deine gedanken und gefühle werden das nicht weiter verbergen sondern akzeptieren wie es ist und darüber gegebenenfalls mit den betroffenen oder mit jemandem der dir dabei weiterhelfen kann sprechen ein beispiel du machst dir sorgen darüber dass ich sag mal du finanziell dinge eingegangen bist die jetzt noch ein paar jahre gehen seien es kredite oder irgendwelche anderen verpflichtungen und du willst davon eigentlich nichts wissen du kümmerst dich ja nicht gerne um kleinigkeiten aber du kannst vielleicht jemanden fragen der ahnung hat kann man das nicht zusammen in eine andere form bringen einen einzelnen kredit oder in eine einzelne sache und das was nicht mehr notwendig ist sich sparen so dass man vielleicht nicht mehrere töpfe auf hat sondern wirklich nur einen zum beispiel und dann gilt es eine entscheidung zu treffen mit der herrscherin und der königin der münzen du kümmerst dich um stabilität und sicherheit und da brauchst du eben fachmännischen rat du kannst nicht alles alleine machen du kannst nicht alles wissen ob es jetzt rechtlich ist oder steuerlich oder wie auch immer und da holst du dir hilfe und du kümmerst dich darum das finde ich sehr sehr gut und dann haben wir die sieben der stäbe zurückhaltung und drei der münzen das finde ich auch sehr schön du kämpfst für deine dinge aber das war eben der moment wo ich gesagt habe hör den anderen zu du bist zurückhaltend und so ist die zusammenarbeit das heißt du forderst jetzt nicht nur von anderen etwas du hörst auch zu und das bringt dir auch positive energie auch für die neuen wege und für deinen kontakte mit den menschen die dich dabei begleiten der herrscher der stern und der könig der münzen heilung nach den sternen greifen auch und sicherheit und stabilität und dass dadurch dass du dir zeit genommen hast deine entscheidungen in ruhe zu überdenken jede einzelne also was zum beispiel zu vereinfachen ist was wegfallen kann was du nicht mehr brauchst ja was du vielleicht sogar verkaufen kannst und auch noch profit draus schlagen kannst zum beispiel also kleine schritte da sind die unnötigen sorgen und da ist die neuen der kelche du machst dir sorgen ob das wirklich so erfolgreich sein wird ich denke wenn du schritt für schritt vor gehst mit dem page der münzen dann brauchst du dir keine sorgen zu machen wichtig ist die kommunikation dass du leute hast die dir ein rat geben können die dir hilfestellungen geben können oder zumindest den weg dorthin aufzeigen können sieben der kelche da ist die kommunikation gespräche führen und sich dann auf eine sache fokussieren erfahrungswerte austauschen mit anderen oder auch informationen über erfahrungen mit diesem oder jedem aspekt sammeln wenn es wie gesagt zum beispiel um die sache mit den krediten geht was haben andere für erfahrungen gemacht wie sehen die das ja diese sachen auswerten und dann entscheiden aus der kelche eigenliebe auch ja also auch dass du dich um deine gesundheit kümmerst dass du ausgleich hast natürlich auch liebe zu zeigen liebe zu geben und wir haben die vergangenheit wichtige dinge aus der vergangenheit aufrechtzuerhalten tradition schöne erinnerungen an die vergangenheit oder auch menschen aus der vergangenheit die sich vielleicht ja über ein eine nachricht von dir freuen vielleicht sind in der vergangenheit auch menschen die die über deinen jetzigen projekten oder der unterstützung dabei also durch ihr wissen durch ihr know how weiter helfen können ja das sind ja auch hier gespräche kontakte austausch informationen und vielleicht ist da in der vergangenheit oder jemand den du schon lange kennst der eigentlich die er weiterhelfen kann und du bist nur noch nicht auf die idee gekommen wir haben als orakel karte höhenflug und das hört sich ja schon mal sehr gut an das klingt nach einer positiven entwicklung die du natürlich voranbringen solltest aber in ruhe nichts überstürzen du musst keine geduld haben aber du brauchst den überblick der höhenflug besagt du hast die kraft die dinge von einer höheren warte aus zu betrachten ja absolut wenn du ein vogel wärst der hoch oben am himmel fliegt was würdest du wohl sehen wenn du dir auf diese weise einen überblick über die chancen und herausforderungen deines lebens verschafft gewinnst du eine neue perspektive heute sind die unsichtbare flügel verliehen die die erlauben deine lebensumstände wie im flug mit einem höchsten ziel in einklang zu bringen diese karte ist ein zeichen dass dein warten ein ende hat dass all deine harte arbeit sich auszahlt und die dinge die du dir erhoffst nicht länger außerhalb des bereichs seiner möglichkeiten liegen du kannst nach den sternen greifen und wirst einen darunter finden der deinen namen trägt breite deine schwingen aus und steigen die lüfte die engel warten auf dich wow also wenn du es in ruhe angehst wenn du dir leute ins boot holst die wirklich ahnung haben die du befragst die dir nützlich sein können das können auch leute aus der vergangenheit sein kannst du deinem höhenflug sozusagen durch zusätzliches flügelpaar ein bisschen auf die sprünge helfen und das ist schon mal sehr sehr gut wir haben das orakeltier strandläufer sei verspielt schön also dies locker an stresse dich nicht nehmen die dinge wie sie sind sei realistisch ja also auch ehrlich zu dir selbst natürlich du musst das niemandem sagen aber du kannst dir für dich gedanken machen wie du die dinge in zukunft angehen willst dinge vor denen du dich vielleicht vorher so ein bisschen gegruselt hast oder die du nicht wahrhaben wolltest es ist zeit farbe zu bekennen der strandläufer strandläufer sind lustige kleine clowns die ihren schnabel in den sand stecken und im nächsten moment davon flitzen um einer welle auszuweichen das erscheinen des strandläufer geistes signalisiert dir dass es jetzt gilt auf spielerische weise mit den dingen umzugehen welche aufgabe auch immer vor dir liegt gehen mit der leichtigkeit des seins an sie heran erforsche das gewohnte indem du neues im alten entdeckst wer weiß welche schätze es für dich zu heben gibt wenn du dir erlaubst zu lachen und spaß zu haben das fröhliche und neugierige wesen des strandläufers kann dir zu einem neuen gefühl von lebendigkeit verhelfen wenn du dich auf deine fähigkeit besinnt zu rennen und zu fliegen und ausgelassen zu tanzen also du hast nicht nur ich sag mal den höhenflug in dem du die dinge angehst in ruhe angehst du hast auch noch spaß dabei na wenn das keine guten aussichten sind das ist doch schön auch wenn du erstmal nach außen hin so ein bisschen deprimierter herkommst mit der 5 der kirche der erfolg von außen kann dir helfen deinen eigenen erfolg zu generieren indem du hilfe annimmst indem du dich mit leuten zusammentun nichts überstürzt aber auch nicht zu lange wartest natürlich farbe bekennst innerlich bei dir und fair zu dir selber bist gut zu dir bist dich um dich selbst kümmerst und um die dinge die gerade anstehen und ich von dingen trennst die dich eigentlich nur belasten also klingt richtig gut ich bin gespannt was du sagst wie du diese woche erlebst und wie sich die dinge für dich dann formen ich hoffe dass das entsprechend der kartenlegung auch sich so erfüllt lass es uns gerne in den kommentaren wissen dann können wir alle ein bisschen daraus ja den erfolg schnuppern ich würde mich freuen wenn das hilfreich für dich war nützlich und irgendwo auch dir den impuls gegeben hat es ruhig relaxed und entspannt und mit freude anzugehen dann würde ich mich über ein däumchen hoch sehr freuen mein lieber löwe viel erfolg und dann sage ich mal bis nächste woche tschüss ja 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 ja